Wir sind in unserer bayerischen Vertretung hier mitten in Berlin bei einem echten Traditionstermin, nämlich bei unserer besinnlichen Stunde im Advent. Auf der Bühne dabei heute war die Furter Volksmusik aus Furt im Wald und ein echtes Oberpfälzer Original, Toni Lauerer. Im Advent wird auch gebastelt. Wir haben eine große Schüssel voller Nüsse und eine kleine Schüssel voller Goldstab. Darin wälzeln wir die Nüsse, bis sie golden sind und das Christkindl hängt sich später an den Christbaum. Man darf nicht fest schnaufen, weil der Goldstab ist total leicht und wenn man hinschnauft, haut er ab. Ja, es war eine schöne Mischung aus besinnlich und heiter. Genau das, was man doch gerne einige Tage vor Weihnachten zum Durchschnaufen erleben möchte. In dieser Zeit, die immer als die Stadezeit gilt, aber die ist natürlich nicht Stade. Alle haben noch hektisch was zu erledigen, bevor es dann irgendwann etwas ruhiger wird. Aber wir wissen, Karl Valentin hat es uns schon gesagt, wenn die Stadezeit rum ist, wird es auch wieder ruhiger.